Nicht so pauschalisieren das Ganze, ich sage mal, wichtig war, dass wir unseren Weg jetzt gehen durften. Von Thomas Püller und von Jochen Bele aus, die haben uns das Vertrauen gegeben und das wollen wir jetzt mit guten Ergebnissen rechtfertigen. Ich denke, nach vielen Jahren, wo wir eigentlich Jahr für Jahr dann irgendwo in so einen Draht reingekommen sind, ist es mir einfach wichtig gewesen, das alles aufzureißen und mal was Neues zu machen. Und für mich war es wichtig, dass ich eine neue Motivation gehabt habe, ich meine, ich mache das jetzt auch sehr, sehr lange und ich möchte einfach die drei Jahre, die jetzt noch laufen, wirklich nochmal angreifen, das Maximum rausholen. Und von dem her war es für mich der richtige Schritt. Ich habe ihn ja vor Oslo schon gemacht im Endeffekt und er hat mir dann ja dort schon recht gegeben, von dem her hat es für mich keine andere Wahl gegeben.